Deadzone-Mikrophone mit einem neuen Event, wie ihr jetzt direkt drei Gratis-Items bekommt. Und zwar einmal ein Wandspray, eine Tarnung und ein Emoticon. Ihr seht hier oben schon diese drei Dinger, die ihr freischalten müsst. Dafür einfach auf diese Page gehen, die mache ich auch nochmal in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr nämlich direkt draufklicken. Dann müsst ihr euch einmal anmelden hier bei Joining the Trials. Dann klickt ihr auf Login. Und ihr seht schon hier, ich bin schon angemeldet, dann Play Fortnite, Earn Badges und bekomme Belohnungen. Let's go! Dann habe ich direkt schon mal für die Anmeldung ein Badge bekommen. Und für dieses eine Badge bekommen wir nämlich schon direkt dieses Wandspray. Dann macht ihr einmal Fortnite auf und lockt euch kurz ein. Und ihr seht schon hier direkt, die Laterne wartet auf euch und ihr habt jetzt ein neues Spray-Motiv. Ja, wie bekommt ihr die anderen Dinge? Es gibt also insgesamt zwölf Badges und ihr seht hier, 40 Minuten spielen, gebt euch ein neues Badge. Bei sechs bekommt ihr das Emoticon. Hier oben seht ihr die Stufen. Und bei zwölf gibt es dann auch die Tarnung frei Haus. Also 40 Minuten einfach Fortnite spielen. Wichtig ist natürlich, welche Modi. Einfach nur Solo, Duo, Drio oder Teams. Kreativ, Arena, LTM zählt nicht. Also spielt auf jeden Fall alleine oder mit euren Kumpels ganz normal. Und ihr seht schon hier, der Fortschritt zählt. Sollte er nicht zählen, dann lasst einfach diese Seite beim Spielen offen. Und dann müsste das Ganze gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Lasst mir gerne ein Like da und im besten Fall auch ein Abo. Und dann